Ich bin seit 2000 hier selbstständig als Heilpraktikerin tätig und versuche den Menschen zu helfen. Die meisten Menschen kommen zu mir, weil sie bei der Schulmedizin nicht die Hilfe gefunden haben, die sie suchen oder die sie brauchen. Und selbst wenn dann die Schulmedizin sagt, sie sind austherapiert, dann kann man noch richtig viel machen. Ich kann niemanden hundertprozentig gesund machen, aber ich kann vielen Menschen so weit helfen. Dass sie wieder mehr Lebensqualität haben, mehr Lebensfreude und mit dem, was sie haben, gut umgehen können. Das ist mein Ziel, das ist mein Anspruch und das versuche ich mit verschiedenen naturheilkundlichen Methoden durchzuführen. Die Therapien sind unterschiedlich, individuell angepasst und auf die Menschen abgestimmt. Und ich bin froh, wenn es meinen Patienten besser geht. Das ist mein Ziel, das ist mein Ziel. Vielen Dank.